Musik Deshalb lassen wir uns einmal den SPSS-Output als Ausgangspunkt für das lineare Regressionsmodell anschauen. Beispielhafter SPSS-Output für die Regressionsanalyse als Ausgangspunkt für das lineare Regressionsmodell. Eine Regressionsanalyse kann mithilfe einer SPSS-Software für Statistik durchgeführt werden. Der SPSS-Output liefert einige Tabellen, mithilfe derer wir alle wichtigen Werte des linearen Regressionsmodells berechnen können. Allerdings ist es dazu zwingend notwendig zu wissen, welche Werte der Tabellen, welche Parameter, welche Streuung und welches Maß darstellen. Da sich die Vorgehensweise am leichtesten anhand eines Beispiels veranschaulichen lässt, wollen wir im Weiteren von folgendem SPSS-Output für die multiple Regressionsanalyse ausgehen, anhand derer wir im weiteren Verlauf alle wichtigen Werte für das lineare Regressionsmodell berechnen wollen. Und die erste Tabelle, die Sie kriegen, wenn Sie mit dieser SPSS-Software arbeiten und eine Regressionsanalyse machen, sind die deskriptiven Statistiken. Und die deskriptiven Statistiken beinhalten einmal ihre beiden Merkmale, das ist jetzt hier beispielhaft einmal das Merkmal Lohn und einmal das Merkmal Vermögen. Beides sind metrisch skalierte Merkmale. Dann haben wir den Mittelwert ausgerechnet aus eben unseren Stichprobenwerten, die wir eigentlich in der Statistiksoftware angegeben haben, weil wir haben natürlich eine Erhebung gemacht, eine Stichprobe gezogen und die Mittelwerte des Merkmals Lohn lauten eben 8,85. Und der Mittelwert für das Vermögen lautet 12,8720. Und dann haben wir die beiden Standardabweichungen angegeben und dann können wir hier eben nochmal sehen, wie groß war denn eigentlich der Stichprobenumfang, ja also wie viele Werte haben wir eigentlich erhoben. Ja, das gibt die Tabelle der deskriptiven Statistiken an. Die zweite Tabelle, die Sie bekommen werden, ist die Modellzusammenfassung. Und die Modellzusammenfassung zeigt an, wie viele Modelle Sie hier haben. Und dadurch, dass wir immer nur von einem unabhängigen Merkmal ausgehen, haben wir auch immer nur ein Modell. Und hier haben wir schon den Korrelationskoeffizienten nach Braweiß-Piersten gegeben mit 0,370. Ja, also der Korrelationskoeffizient von Pearson, der ist uns hier schon ausgerechnet. Und wir haben sogar den quadrierten Korrelationskoeffizienten nach Braweiß-Piersten gegeben mit R² von 0,137. Ja, also wenn Sie im Taschenrechner hier 0,37 quadrieren würden, würden Sie auf 0,137 kommen. Bitte, Sie sehen jetzt hier, vielleicht nochmal kurz als Anmerkung, Sie sehen jetzt hier immer nur so ein Komma. Ja, bitte darauf achten, wenn hier ein Komma steht, dann bedeutet das nichts anderes, als würde hier eine 0 vorstehen. Darauf verzichtet das Programm, wahrscheinlich aus Effizienzgründen. Ja, weil dann weiß man immer, okay, das sind dann die Nachkommastellen nur. Dann das korrigierte R², um das brauchen wir uns zum Glück nicht zu kümmern. Und dann haben wir hier den Standardfehler des Schätzers stehen, ja, mit 4,723. Darüber wollen wir gleich nochmal sprechen, wenn wir auf die wichtigsten Werte eingehen. Ja, das ist die Tabelle der Modellzusammenfassung. Und diese beiden Tabellen, das sind eigentlich auch die wichtigsten Tabellen, die Sie hier haben werden. Mit denen arbeiten wir wirklich am meisten. Und als letztes haben wir da noch eine dritte Tabelle und das ist unsere allseits bekannte ANOVA-Tafel. Ja, und die sieht jetzt hier ein bisschen anders aus. Jetzt steht hier nicht mehr Hypothese, sondern hier steht jetzt Regression. Lassen Sie sich davon nicht verwirren, wir sind in der Regressionsanalyse, ja. Deswegen steht jetzt hier nicht mehr die Hypothese über die Steigung im Grunde, sondern einfach nur die Regression. Dann steht hier nichtstandardisierte Residuen und Gesamt. Ja, und hier sind die jeweiligen Quadratsummen also wieder unsere Varianzzerlegung angegeben, wobei das genau gleich ist, wie wir es im vorherigen Video gelernt haben. Das hier ist die erklärte Streuung. Das hier ist die Reststreuung SQR. Und das ist die totale Streuung SQT. Bei DF haben wir wieder unsere Freiheitsgrade angegeben, ja. Und was jetzt hier neu ist, ist eben diese Spalte mit Mittel der Quadrate. Und Mittel der Quadrate ist eigentlich nichts anderes, als wenn ich die Quadratsumme hier nehme und durch den Freiheitsgrad dividiere, ja. Also die 1761,573 wurden hier einmal durch 1 dividiert und bleiben dann natürlich gleich, ja. Wenn ich etwas durch 1 dividiere, bekomme ich wieder den gleichen Wert heraus. Und hier SQR, ja. Also unsere Reststreuung wurde eben durch 498 dividiert. Und dann kamen wir hier beim Mittel der Quadrate auf 22,31. Dann haben wir hier unsere F-Prüfgröße angegeben mit 78,958. Und dann haben wir unser SQ hier angegeben mit 0,000. Und über SQ wollen wir gleich auch nochmal sprechen, was hier SQ eben bedeutet. Was noch sehr, sehr wichtig ist, wenn Sie diese Tabellen jetzt in der Prüfung bekommen. Sie müssen natürlich bei der Regressionsanalyse wissen, was ist denn das abhängige Merkmal und was ist das unabhängige Merkmal. Und das erkennen Sie eigentlich immer entweder bei der Modellzusammenfassung, bei B, ja. Oder bei der ANOVA-Tafel mit diesem kleinen A. Denn Sie sehen jetzt hier, wenn Sie zu B gehen, dass hier steht, dass die abhängige Variable der Lohn ist. Ja, das ist unsere abhängige Variable. Damit ist unsere unabhängige Variable das Vermögen. Welchen Buchstaben bekommt denn unsere abhängige Variable? Wissen Sie das noch? Welchen Buchstaben bekommen wir hier? Die abhängige Variable bekommt immer den Buchstaben Y und die unabhängige Variable immer den Buchstaben X. Ja, machen Sie sich bitte klar, damit Sie wissen, okay, das hier ist der Mittelwert von Y, das hier ist der Mittelwert von X, das ist die Standardabweichung von Y und das ist die Standardabweichung von X. Bitte schreiben Sie sich das auf jeden Fall hier hin. Ich empfehle es immer, hier kurz ein X zu machen, hier kurz ein Y zu machen. Normalerweise ist es immer so, dass die abhängige Variable eben oben steht und die unabhängige Variable da drunter. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Lehrstuhl hier hingeht und mal so eine kleine Drehung macht, damit Sie aufpassen, ja, was denn die abhängige und was die unabhängige Variable ist, weil das müssen Sie natürlich verstanden haben bei der Regressionsanalyse, dass wir eben mittels der unabhängigen Variable versuchen, die abhängige Variable verbessert zu prognostizieren. Soweit zum Ausgangspunkt oder beziehungsweise zu den Tabellen, so wie Sie sie auch in der Prüfung bekommen werden. Wir nehmen jetzt natürlich ein paar Veränderungen in den Tabellen vor, um uns klar zu machen, welcher Wert stellt denn was dar. Ja, wichtige Werte aus dem SPSS-Output. Parameterwerte und Bestimmtheitsmaß aus den Tabellen Deskriptive Statistiken und Modellzusammenfassung. Mithilfe der ersten beiden Tabellen, Deskriptive Statistiken und der Modellzusammenfassung, lassen sich die Mittelwerte X' und Y' als auch die Standardabweichung SX und SY ablesen. Dabei ist es wichtig, darauf zu achten, welches Merkmal die abhängige Variable ist, denn diese stellt die Y-Werte dar. Das hatte ich ja eingangs erwähnt. Die Angabe, welches Merkmal abhängig ist, kann unterhalb der Tabelle Modellzusammenfassung bei B Punkt abgelesen werden, haben wir uns ja gerade angeschaut. Die Tabelle der Modellzusammenfassung selbst gibt zum einen den wichtigen Korrelationskoeffizienten von Pearson an, als auch das Bestimmtheitsmaß und die Standardabweichung des Varianzschätzers Sigma-Dach. Das korrigierte R² ist für unsere Analyse nicht relevant. Es ergeben sich folgende Parameterwerte und folgendes Bestimmtheitsmaß aus dem SPSS-Output. Also, fangen wir mit den deskriptiven Statistiken an. Und da haben wir ja schon festgestellt, dass unser Lohn unsere Y-Variable ist, also unsere abhängige Variable, und unser Vermögen ist unsere X-Variable, also unsere unabhängige Variable. Und wir können jetzt im Grunde hingehen und die Mittelwerte, dieser Mittelwert gilt natürlich dann für Y', der Mittelwert für X', die Standardabweichung gilt dann für Y' und diese Standardabweichung gilt natürlich für X. Ja, das können Sie gerne auch immer so machen in der Prüfung, dass Sie sich kurz in der Tabelle aufschreiben, welcher Wert stellt denn was eigentlich dar. Oder Sie gehen einfach nur hin und schreiben hier einmal Y und hier einmal X vor. Das können Sie natürlich auch immer gerne machen. Ja, dann sparen Sie sich natürlich auch Zeit. Ja, aber bitte sparen Sie sich nicht Zeit und machen dann hinterher Fehler. Das wäre dann ärgerlich. Das sind unsere deskriptiven Statistiken, wo wir die wichtigen Werte haben. Und aus der Modellzusammenfassung haben wir auch wichtige Werte. Einmal den alles entscheidenden Korrelationskoeffizienten nach Bravais-Piercen, der hier mit Rxy eigentlich angegeben ist, von 0,370. Und dann haben wir im Grunde schon unser R², also unser Bestimmtheitsmaß, worüber wir im vorherigen Video gesprochen haben, also Rxy zum Quadrat, also der quadrierte Korrelationskoeffizient nach Pearson. Und das beträgt 0,137. Und wir können im Grunde schon eine Aussage treffen, wie viel Prozent der Streuung der abhängigen Variablen die unabhängige Variable erklärt, nämlich 13,7 Prozent. Ja, das können wir hier schon sofort ablesen, in der Modellzusammenfassung. Cool, oder? Finde ich total stark. Also brauchen wir beim Bestimmtheitsmaß uns eigentlich gar keine Gedanken mehr machen. Das R², wie gesagt, brauchen wir nicht. Ja, können Sie getrost ignorieren. Und dann haben wir hier den Standardfehler des Schätzers angegeben. Und das ist im Grunde unsere Standardabweichung unserer linearen Regressionsgraden. Ja, normalerweise kennen wir ja immer Sigma Dach zum Quadrat. Ja, also unser KQ-Varianzschätzer. Und das ist eigentlich nichts anderes als die Wurzel aus unserem KQ-Varianzschätzer mit 4,723. Ja, also wenn wir das quadrieren, kommen wir automatisch schon zu unserem Varianzschätzer. Ja, brauchen wir gar nicht viel Rechenaufwand machen. Dann wollen wir uns natürlich noch die ANOVA-Tafel anschauen, denn die hat auch noch mal einige wichtige Werte. Varianzschätzer und F-Testentscheidung aus der ANOVA-Tafel. Mit Hilfe der ANOVA-Tafel können wir zum einen den Varianzschätzer Sigma Dach Quadrat ablesen, wobei die Standardabweichung bereits in der Modellzusammenfassung angegeben war. Zusätzlich wird die Prüfgröße Groß F angegeben, wobei die Testentscheidung mittels der angegebenen Überschreitungswahrscheinlichkeit P in der Tabelle als SIG bezeichnet getroffen werden kann. Überschreitet der P-Wert das Signifikanzniveau Alpha nicht, kann der F-Test abgelehnt werden, sodass Beta ungleich 0 gilt. Es gelten folgende Werte mithilfe der ANOVA-Tafel. Also, wir haben hier natürlich einmal wieder SQE, SQR und SQT angegeben. Und die Freiheitsgrade, wie Sie die errechnen, das haben wir ja schon im vorherigen Video gemacht, natürlich wieder die Regression bzw. die Hypothese hat immer einen Freiheitsgrad von 1, weil wir schauen uns nur eine unabhängige Variable an. Dann, die Residuen haben immer einen Freiheitsgrad von n-2, da wir hier einen Stichprobenumfang von 500 haben. 500-2 ist 498, wie hier dieser Freiheitsgrad zustande kommt. Und bei Gesamt haben wir ja immer einen Freiheitsgrad von n-1, also 500-1 von 499. Und ich hatte ja eingangs erwähnt, dass wir hier immer bei Mittel der Quadrate hingegangen sind und haben im Grunde die Quadratsumme durch die Freiheitsgrade dividiert. Und wenn wir jetzt hier hingehen und SQR durch n-2 dividieren, ja, also hier die 11.110,439 durch 498, dann kommen wir hier auf 22,31. Und Sie wissen ja, SQR durch n-2 ist nichts anderes als unsere Varianz, unserer linearen Regressionsgraden, also unser KQ-Varianzschätzer. Ja, also hier bei Mittel der Quadrate ist unser KQ-Varianzschätzer enthalten von Sigma Dachquadrat gleich 22,31. Und das ist eigentlich nichts anderes, als würden wir eben den Standardfehler hier quadrieren. Ja, das können Sie auch gerne einmal in den Taschenrechner machen, indem Sie die 4,723 quadrieren. Dann kommen Sie ungefähr auf 22,31. Passen Sie hier immer auf, dass Sie keine Rundungsfehler machen. Ja, also dass Sie dann, wenn Sie im Grunde hier auf den KQ-Schätzer Varianz kommen wollen, dass Sie den nochmal eben in der Nova-Tafel kurz abgleichen bei Mittel der Quadrate, bei SQR. Ja, damit Sie hier keinen Rundungsfehler haben, weil es könnte natürlich sein, dass bei einem Rundungsfehler Ihnen der Lehrstuhl irgendwie ein Pünktchen abzieht oder so. Ja, also wenn Sie das hier quadrieren, bitte immer darauf achten, auf was Sie runden müssen. Dann haben Sie im Grunde Ihre Prüfgröße angegeben. Und Ihre Prüfgröße können Sie jetzt errechnen, indem Sie entweder die Mittel der Quadrate durch 22,31 rechnen. Ja, also hier einfach durchnehmen. Oder natürlich unser L wieder hier, ja, SQE durch SQR durch N-2. Das geht natürlich auch. Dann kommen Sie auch hier auf die Prüfgröße. Da natürlich der Freiheitsgrad immer 1 ist, ja, und dieser Wert durch 1, wie gesagt, bleibt der gleiche. Können wir natürlich auch die Mittel der Quadrate einfach dividieren, weil wir hier diese Division ja hier schon vorgenommen haben. Ja, und dann kommen wir zum alles entscheidenden P-Wert. Und ich hoffe, Sie erinnern sich noch an die Überschreitungswahrscheinlichkeit P aus dem zweiten Video, glaube ich, was wir besprochen haben, wo wir über die verschiedenen Testentscheidungsmöglichkeiten gesprochen haben. Ich hoffe, Sie erinnern sich noch daran. Und wir haben ja immer gesagt, wenn P, also wenn unsere Überschreitungswahrscheinlichkeit, im Grunde nicht unsere Fehlerwahrscheinlichkeit Alpha überschreitet, dann gilt es immer, die Nullhypothese abzulehnen. Und da jetzt hier im Grunde der P-Wert unsere Überschreitungswahrscheinlichkeit 0,000 ist, ja, und wir nehmen einfach mal einen Alpha-Wert von 0,05 an, so ist der P-Wert kleiner als unser Alpha-Wert. Und damit können wir sofort sagen, dass hier der F-Test eben abgelehnt werden muss. Ja, also wir können sofort die Testentscheidung für den F-Test mit dem P-Wert treffen, wenn wir eben das vorgegebene Alpha-Niveau haben, ja, liegen wir mit unserem P-Wert darunter, gilt es immer, die Nullhypothese abzulehnen. Liegen wir mit unserem P-Wert darüber, gilt es, die Nullhypothese beizubehalten. Und da wir die Nullhypothese hier ablehnen müssen, was wir sofort erkennen können, können wir auch sofort sagen, dass im Grunde unsere unabhängige Variable zumindest etwas dazu beiträgt, die Streuung unserer abhängigen Variablen zu erklären. Ja, das können wir sofort hier entscheiden, anhand der ANOVA-Tafel mit einem Blick, zack, können Sie sofort sagen, okay, die Nullhypothese muss abgelehnt werden, weil sie kleiner ist als hier unser vorgegebenes Alpha-Niveau von 0,05. Ja, also Sie sehen schon, mit dem SPSS-Output kann man sehr, sehr viele Entscheidungen schon auf den ersten Blick eben treffen. Sie können sofort eben das Bestimmtheitsmaß sagen, Sie können sofort die Testentscheidung treffen und können dann eben hingehen und berechnen eben die anderen Werte, wie beispielsweise die Konfidenzintervalle oder eigene Testentscheidung für Alpha und Beta. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017